Ah, das Promi-Dinner! Dschungel-Spezial Teil 2 Das ist unser Dschungelkönig. Come on! Der Dschungelkönig lädt zum royalen Bankett. Mir hat es selber geschmeckt, deswegen war das gut. Doch keine königliche Speisung. Prost! Prost! Ohne fürstliche Entgleisung. Wie schmeckt es dir? Ich find's echt scheiße. Das perfekte Promi-Dinner. Sonntag, 20.15 Uhr.